ARD Text im Auftrag von Funk Hä? Wo ist die Raps vergammelt? Alles reif! Alles vergammelt! Alles reif Gut, dann seh nur ich das so Ähm, das ist noch nicht reif, wo du grad durchfährst So zur Hälfte Ja, aber zur Hälfte nicht, so wirklich Bei mir schon Ja stimmt, jetzt krieg ich nichts dazu Also wird das hier nicht mehr fertig sein Oh, ich heiße diese scheiß Paxi in dem Spiel Macht schon langsam keinen Spaß mehr Ich brauchst die gleichen Augen hier rein Shoot, ich muss eure, ähm, wartet Nein, nein, ihr würdet uns jetzt nicht schon wieder in den Lohn klauen Seid ihr zufrieden? Äh, äh Halt, stopp Nein, das wollte ich Jetzt rede ich Nicht sagen Ähm Ja, ist gut Gebt euch mal mit dem zufrieden, was ihr habt So, wo seid mein Menü? Sind meine Silos jetzt noch irgendwie Ja, Raps Kinder hört auf zu streiten Das geht Ich glaub, der hat nicht zu gut gelaut, der Ah, mein Menü wird nicht aufgenommen Nicht doch Oh, was, ne? Ich glaube, der hat nicht zufrieden, was ihr habt Oh, was ihr habt, ihr habt? Ja, ich weiß, ihr habt Ah, nein, 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 oh, jetzt werde ich fast schon wieder zur Gaststätte gefahren. Hm? Das war mir von meiner Mutter, wenn ich ins Bett gehen soll, denn das ist froh. Oh Gott. Rape oder so. Hilfe. Leider her. Hilfe, ich will nicht, 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 ich will nicht. Nein, solange ihr halbwegs produktiv seid. Das mag ich auch. Und jetzt nicht den Händler mit Gewichten zumüllt. Halbwegs liegt. Was ist? Ich und mein Kollege haben Spanisch gedacht. Ich muss hier, lass' fliegen. Mhm. Jupp. Mach mal kurz das Mikro aus. Ich hole dich aber noch. Sehr fleißig. Ich hole dich. Franz Mayer, äh, mitbieten. Ja, nächstes Gebiet, äh, Geburt übertroffen. Ja, das kommt davon, wenn man tippt und gleichzeitig fahren will. Ich bin dafür, dass wir jetzt eh nicht mehr so lang machen. Was sagt denn meine, ja, Zeit, kann man nicht beurteilen. Wenn ich das Zeug weggefahren habe, würde ich jetzt mal sagen, fahre ich zum Hof. So, steht da, nicht voll rum, hä? Ach so, ja. Ähm... So, ja. 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 da wir hier im ls sind ist eigentlich selbstverständlich ist es so zu verstehen dass der drescher voll ist und nicht man selbst so egal damit wäre das lager leer wir hätten jetzt mal wieder ein bisschen geld zusammen und ich habe keinen mehr der auch da ist zum reden das ist irgendwie langweilig so ah danke wieder da na dann er sowieso werbung ist diesen komischen power radar sehen bei er pfeift da war mein Kollege, der hat ein bisschen Luft im Kopf ne, man, Alter, jetzt ist es gut Alter, ich denke, die Kinder rasseln doch die ganze Rasseln echt in der Augen hier wird niemand gehauen nicht in meinem Let's Play Ach so. Nicht während meines Let's Plays. Kannst du das Mikro wieder ausmachen. Da war kein Ton noch besser. Das schafft er nicht. Nein, das ist ein Problem dann, aber er übernimmt sich jetzt, hoffe ich. Schafft er aber nicht. Ich wusste, dass das kommt. Ich bin ja selber dabei, dass er es nicht schafft. Yes. So, wo steht der Drescher? Wo steht der Drescher? Ach Gott, du hast ja nur zum Hof gefahren. Beim Hof mittlerweile. Ja. Ja, schön. Ich komme. Ich komme. Ich habe da noch Zeit. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Jetzt bin ich mich so kurz mal. Timex sein- Wo stehst du? Benni, wo bist du? Ich verzweifle. Warte, bleib stehen, bleib stehen, ich habe mich gerade erfolgreich von dir versteckt. Ich bin doch unter dem Haus gefahren, der du auf dem Hof und vom Feld hinterlegt warst. Und, und, noch drei Minuten. Den Spaß muss ich nicht, einfach wenn man das Spiel hängt. Wenn du dein Kon... noch zwei Minuten. Noch eine Minute. Und, 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 und. Die Auktion wurde soeben beendet. Sie haben das Feld Nummer 14 für 68.000 Euro erhalten. Wuhu! So. Ich würde sagen, wir hören mal an der Stelle auf. Ja, ich drehe. Ähm, mit aufnehmen. Und. Jo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, tschüss. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020